Na? Nicht, dass der mich hier beim Vorbeilaufen entdeckt, der erhält. So. Und das Licht an. Ah, ich hab den Riff. Ah, hier gibt es Klamotten. Boah, hatten wir jetzt quasi zur Mother Base hoch. So. Wir lassen das erstmal so. Ist, haben keinen Grund Leute umzubringen. Nö. Joa, wenn du meinst. Falsche Taste. Ey, das ist ja wie beim Witcher. Du kannst stehen in der Provinz, wo du willst. Dein Pferd findet dich. Und das hört dich vor allem. So, wo bin ich denn hier. Hier ist einfach Ross. Oder? Hier muss ich über den Wachpasten. Vorsichtig ausschalten. So, nee, nicht Pause. Nicht Pause. So wird es so. Oh. Uah. Okay, was machen sie hier? Einen von A nach B. Gut, nein, so meinen. Hm. Das ist schon besser bewacht, das Ding. Hier oben rüber. Na ja, mal schauen. Nein, natürlich nicht. Nein, falsch. Hier sind einige Truppen, bei denen wir wach mussten. Hm. Hm. Aber da gibt's wahrscheinlich wieder einiges an Mats. Okay, die beiden sind auf dem Weg weg. Jetzt sind da nur noch zwei Einheiten. Das könnte ich doch zu meinem Vorteil nutzen. Hm. Hm. Schon 1 Uhr morgens, das heißt, es wird auch schon gleich oder in näherer Zukunft wieder hell. Nichts. Das ist gut. Ja, die beiden kreisen da die ganze Zeit hin und her. Hm. Hm. Es ist eine Angelegenheit. Seht euch. Hm. Das ist doof. Guck. Der ist jetzt da vorne. Ah, da unten ist eine Pflanze. Hm. Die rennen anscheinend immer die Mauer lang. Ah, immer noch falsch. Wo sind die beiden anderen? Die sind. Inzwischen wieder auf dem Weg weg. Hm. Die Frage ist, gibt's hier Materialien, die ich mitnehmen kann? Ja, da liegt was. Okay. Die beiden laufen ihre Außenrunde. Ja, hier komme ich nicht hoch. Hm. Ich will mich im Endeffekt erst der beiden Äußeren entledigen, bevor ich mich um die beiden inneren kümmern kann. Und dann nachladen. Wohl. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich auch einfach weitergehen. Sind jetzt vier Patronen, die ich dafür verbollern würde. Ob sich das denn so lohnt, ist glaube ich zugezweifeln. Das braucht man dann nicht wirklich. Wenn wir hier folgen, können wir durch den Canyon gehen. Mal schauen, was es da so gibt. Das geboren. Das d-hors. Das d-hors. Wah! Ja. Wenn wir die Augen offen halten nach irgendwas Blitzendem mit mir nicht irgendwie sinnvollem und wertvollem Max übersieht Es scheint Glück zu haben dass es hier keine gibt Also wie keine Gegner Das muss jetzt aber glaube ich gleich noch wieder Tach werden Ah es ist gerade noch vier Ah ok die beiden Sowjetsoldaten rennen anscheinend nach hier oben So Nochmal ein Look Noch einer Noch einer Das ist anscheinend nicht so leer gelegend Guck mal denn noch welche Das Ding bewegt sich Gut da steht einer hinter Da ist noch einer Ja jetzt bezweifeln dass das alle sind Da haben wir noch Müll Das werden immer noch nicht wirklich alle sein Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Joa. Gut. Was ist los? Eine Panzerspüro. Okay. Nun gut. Auf jeden Fall haben wir es hier mit ein paar Feinden zu tun. Nichts. Wir müssen uns den Weg zum Master Miller versperren, daher schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir, wie wir am besten mit den Gegnern umgehen. In diesem Sinne, bis dahin und reingehauen. Tschö. Wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, da hinten hat sich hier was bewirkt. Oh, da hinten hat sich hier... An der Bergegge... Auf allen Seiten... Oder auf einer Seite Berg und auf den anderen drei Zugängen... Einheit, ne? Wir versuchen es mal hier so ganz vorsichtig... Treibstoffe auf... Ah, verdammt, jetzt geht doch noch die Sonne auf... Hmm... Hmm... Oh, da hinten... Oh, da hinten... Oh, da hinten... Wieder ein Pflänzchen... Lungenenzien... Oh, da hinten... Wachablösung... Oh Gott... Das ist mal ruhig verhalten... Oh, da hinten... Oh, da hinten... Oh, da hinten... Versteck dich doch mal... Hm... Oh, da hinten... Oh, da hinten... Oh, da hinten... Oh, da hinten... naja warten wir mal hier bis sie kommt mit der hoffnung dass jemand anderes mich vorher entdeckt und hier gibt es nichts hier hoch ich meine schade ich hätte gedacht dass man das hintenrum umgehen kann das ganze areal aber ich zwinge anscheinend hier ein durch die mitte zu kommen hier 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 Läuft ja super, der liegt da schlafend, das heißt sobald er berührt wird, taucht er weg, da wacht er wieder auf so. Na die unterhalten sich, wäre schön wenn ich jetzt einen Dolmetscher hätte. Geht nach unten, na die folgen, oh Glück. Und schon wieder das Fahrzeug. So, du schläfst. Die nächsten sind alle relativ weit weg. Komm, hopp, hopp, mach hin. So, alle auf einen Haufen. So. Okay, wo geht der lang? Ja. Das haben wir doch schon mal fast erfolgreich geschafft. Das ist jetzt keine Ahnung, wo der nächste Gegner hängt. Okay. Okay. So. So. So bam. Wirst du das? Ist er das? Ist er das nicht... Kaz. Nicht mehr für mich, oder? Kaz, das ist mir. Ich bin hier, um dich zu rauszuhren. Snake. Sie tun etwas mit deinen Augen? Nein, es ist... Es ist einfach so schön. Ich bin hier. Wir sprechen über das hier. Ja. Extraction hat auf der Mother Base gekommen. Du hast den Ziel geschlossen. Ich schreibe den Schrauber, um dich zu rauszuholen. Mach deinen Weg in die RV. Du kannst die Location auf deinem iDroid. Wo muss ich hin? Ach du Schande. Ähm. Ja. Mach mal ganz unaufällig. Okay, hier kommt einer. Du schaust gut. Also, wenn ich wieder hingehe. H. 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 Hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore. Right? Hoffen wir mal, dass er teilnahmslos an uns vorbeidackelt. Wenn er hier rein will. Naja. Ich hab Reflexmodus. Das geht ja dann. Dafür bin ja... Oh, ist auch dann mein Reflex schnell genug. Okay, der geht da außen rum. Das ist wahrscheinlich der Typ. Ja, sicher. Sorry, ich muss die nochmal abdehnen. Das ist Pequot. Wir kommen kurz an LZ. Naja, war doch völlig wichtig die Idee. Hier gibt's nämlich nochmal... Materialien. Nein. 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 Das wollte ich noch einsacken. Jetzt können wir weiter. Freundchen. Komm, Red. Die Genosse. Magic Words, Boss. Ich habe ihn erwartet, neun Jahre, um ihn zu hören. Okay. Hier ist nichts. Beziehungsweise sehe ich nichts. Okay, ich habe das Fahrzeug. Ich warte nochmal in ein paar Momente. Bis das an uns vorbei ist. Da fährt es. Jetzt habe ich dich da auch auf dem Schirm. Allerdings nicht für lange, weil... Ich sollte recht zügig... Hier raus sein, aus dem Bereich. So, der bleibt ja dabei. Oder ändert er die Sichtrichtung? Hm. Hm. Nein. Tut er. Er wechselt. Glaublich nicht. So. Er wird weg. Guck mal weg! Guck mal weg! Guck mal weg. Guck mal weg. ok ich dachte hier könnte ich rein